Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Skywars. Heute spielen wir mal Assassinen. Aber sehr Assassinen. Genau, wir werden uns, ich eh werde das sehen. Sneak einfach. Ja gut. Gut, ich bin ein Lover. Gut, ich hab mich selbst gekillt. Alles klar. Ja und der hat ein halbes Herz. Geilo. Wie ist er, ne? Zwei. Team 1 ist hier. Du machst einfach deine Brutplatten weg, ne? Ich kann einfach nach vorne laufen. Ja und du machst die Brutplatten über mir. Ja, gut, ne? Ja, was kann ich noch für, dass die von oben drauf kommen. Ach, warum sag ich das so auf? Die kommen ja alle von oben hier, die Leute. Da hinten ist in das Loch gefallen. Der ist tot. Der ist am Fallschaden. Hey, der Typ ist hier vorne einfach, der wurde rausgezogen. Such mal eine Falltür auf. Vielleicht denkt der, da ist jemand drin und der geht da rein. Ne, mach. Nein, nein. Der geht aber sonst. Ich muss doch hier essen. Er hat's gehört. Er hat es nicht. Er hört sich hoch, natürlich. Ja. Das war schon scheiße, die Idee. Er will sich jetzt einfach hier runterbuddeln. Ja, er hört sich hoch. Tschau. Es geht wieder da rein, dass noch der andere ist nicht dümmer. Ich wollte da unten einen kleinen Plattform auf, sodass du da unten reingehen kannst. An der Spitze hieß den Block. Ja, auf jeden Fall jetzt schon. Jetzt musst du halt nach oben wieder gehen, dass wir abbauen. Ah, ne, er kann eh nicht da rein mehr. Komm, geh da runter. Da steht er drauf. Wow. Stacke, mit seiner Kille auch, aber da am rumwedeln. Ja, nice, ne? Bring einfach die ganze Zeit. Ich sitze ihn direkt. Oh, das geht nicht. Doch. Doch. Hör mal auf zu sneaken. Sneak mehr, spring mal nur mal. Wir sind direkt neben uns, ne? Das ist scheißegal, was ist. Das ist 100% der Steve. Okay, der Steve könnte das vielleicht nicht sehen. Warte, wie hieß der Name? Du guckst einfach nicht hoch. Der Name ist, ja, das ist der Steve. Das ist das. Du guckst nicht hoch, wenn du hier reinläufst. Wer guckt bitte hoch? Du guckst in die Kiste, das ist das Erste, was du machst. Wir hätten die Kisten gar nicht looten sollen, damit das auch aussieht, dass in der Base gar keiner hier war. Oh, halt so ab. Ja, Team 1 ist das gewesen. Ja, der andere ist wahrscheinlich wieder irgendwo unten drin, wie auch immer der dahin ist. Die sind da? Ah, ja. Alter, die werden dich sofort sehen. Da stehe ich jetzt schon. Die gucken nicht hoch. Gehen er runter erstmal, der andere geht. Ach, geh, geh! Hat er in das Loch rein tot. Du hast den Kill dafür bekommen? Ich sag nur, das ist einfach die geilste Falle. Wie der einfach hier drauf stand und ich ihn einfach einfach geboxt hat und der dann so... Guck mal, ich hab überlebt! Ich hab mich grad runtergeschmissen und mit der Endeffälle hochgeschmissen. Oh, ich hab den schlagen können. Einer ist drin. Ach, ich hätte den schlagen können. Wie ist denn da rein? Ich hab den gekillt. Hinter dir, einer drin. Ja, helf mir doch! Ach doch. Der kann nix. Zwei Herzen tot. Erst rein! Als ob. Oh mein Gott. Ja. Ich kann nicht zu dir hin. Oh Gott. Ich werd rausgegeben. Mach oben das Loch zu. Ich kann nicht reingucken. Ja! Der ist auch drin. Oh mein Gott! Als ob, Mann! Aber den einen hab ich leider nicht drauf, wie der jetzt da reingefallen ist. Oh. Fett da runter! Mich hochlaufen. Hab ihn. Oh. Er hat in der Pelle geschmissen und ist draußen tot. Er kommt unten. Ja! Dups ihn! Was? Ich bin jetzt... Was? Als ob. Ich bin gleich tot. Ich geh nicht hinterher. Lass mich jetzt zurückgehen. Oh. 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 Ich Ui. Oh. Ich hab ein... 昨... Aber ich ja so that es Pille! Was... Vielleicht denkt er sich so, du hast so eine Falle, dass du einfach so da stehen willst und hoffst, dass der einfach so geradeaus nach vorne läuft und dann da reinläuft. Eine Ahnung. Stell dir mal vor, du hast aber so offensichtlich einfach ein Loch vor dir und die laufen einfach so auf dich zu, ohne zu gucken und auf den Boden zu gucken. LOL! Der ist runtergesprungen von alleine! Ich sag noch eben, ich sag das eben noch, der läuft nach, der ist so gesprungen, weißt du, der ist so auf dich drauf. Der buddelt sich direkt auf dich drauf. Der hat sich gerettet, ne? Ist er bei mir? Ja. Habe hier Heilung? Bulldeln auf, Mann! Hab ihn. Ich bin tot. Jetzt Wasser hin, schnell, 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 schnell! Ich hab kein Wasser. Sehr geil. Na gut, der Typ überlebt. Und ich bin tot. Ich hatte ne Enderpelle. Ja gut. Der hat TNT. Der sprengt die ein bisschen auf. Ich bin gelandet. Ich bin gelandet. Ja gut, der Typ überlebt. Ich bin im Block drin. Pff. Es sind zwei Leute noch rübergekommen, ne? Ich bin unten bei der Kiste. Hm. Ich bin unten. Die prügeln sich. Ich geh abstauben. Ich warte natürlich noch ein bisschen. Boah, das holt's ab. Beide One-Hit. Halt's auf. Ähm. Hm. Als ob jetzt, Mann! Ich wollt schon wieder hinterher gehen, ey. Ich hab ihm weggefallen. Ich schaute, ey. Ich bin hier rübergelaufen und hab die Blöcke abgebaut. Der nehmt noch, oder? Nee, doch nicht. Ich hab die Blöcke vor ihm abgebaut, Mann. Als ob man das Loch einfach nicht sehen kann. Ich hab die Blöcke abgebaut. Was haben die für'n Texture-Pick? Als ob jetzt. Fuck. Komm raus. Och. Okay. Auch toll war der letzte auch noch, ey. Ja, natürlich war's der letzte. Als ob. Als ob der einfach wieder reingelaufen ist. Der sind ja die Rücken. Egal, der kommt vielleicht rein. Oder der kommt von oben halt jetzt. Er ist rein. Ja, ich hab da reingeschubst. Ja, mach noch Wasser hin. Damit ihr sich selbst noch... Nein, nein, nein. Das Wasser-Computer. Ja, das Wasser-Computer. Ja, das Wasser-Hetting-Fach. Ja, das Wasser-Hetting-Fach. Ich hab den Kind noch bekommen dafür. Der hing einfach noch mit den Spinnnetzen. Ich hab's gesehen. Ich hab den jetzt weggemacht. Oh mein Gott. Ich hab's nicht gedacht, dass das auf der Map so gut jetzt funktioniert. Ich hab's schon mit der Endpatt hier reingeschubst. Ich häng doch hier einfach fest. Hey, ich auch. Okay. Ich würde sagen, wenn's euch gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Ey. Und... Also wenn ihr... Also ich würde sagen, ihr könnt das auch mal machen. Und bitte schickt uns... Schickt uns irgendwas davon ein. Also wenn irgendwas Geiles passiert ist. Ich würde das gerne sehen, wie das bei euch auch so gut funktioniert hat wie bei uns jetzt. Ich würde das Video halt kriegen. Es wird heute Abend jetzt kommen. Weil wir sind ja gestern Abend da dran. Ja, das ist jetzt. Das ist jetzt. Aber ja, ist halt so. Okay. Wenn's euch gefallen hat, wie gesagt, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Und macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.